und herzlich willkommen zurück bei let's battle mit love and potato, domse und zudel leute die sind da gerade den baum hochgeklettert ja welchen baum denn unseren baum oder? jetzt hör mir zu der der hinter dem litch ist du siehst da hinter dem litch da die sind jetzt auf dem baum das heißt wir müssen hier runter und weg ich seh sie weil der baum jetzt rendert ja bei mir auch ich sie wieder runterrutscht ja geht der wieder runter habt ihr noch essen habt ihr noch essen ganz wenig nicht genug ich hab gar kein mehr ich hab nix mehr oh mein gott dann geh ich jetzt noch nach essen suchen junge die sind hier wir können nicht nach essen suchen jede dritte komm her ich kann hier noch 10 steaks gehen sie laufen weg sie haben uns auch nicht gesehen ja doch sie gehen sie gehen weg in welche richtung sag bitte immer wo sie hinlaufen na einfach weg von uns ja sie laufen weg ja ja richtung süden what the fuck sie sind nicht mehr da sie sind weg als ob sie komplett weg gelaufen haben sie uns ernsthaft nicht gesehen? scheinbar nicht ne? könnte sein okay leute dann hör zu wir bauen uns jetzt echt einfach in einen baum ein und sobald die laufen immer wieder hier lang nach in drei bis vier minuten sind sie wieder hier wir bauen uns jetzt in einen baum ein nämlich in den baum der da steht der so schräg gegenüber von uns steht der neben dem licht in den sie eben nicht reingegangen sind da gehen wir einfach rein im baum stand bis wir da sind und dann gehen wir raus attacke okay es ist in ordnung für euch ich würde da jetzt nichts aufzwingen aber das ist meiner Meinung nach die beste Taktik weil wenn sie so vorbeilaufen auf einmal kommen wir halt echt außen nix nur es muss sich dann halt auch jeder sneaken ist dass keiner auch nur einmal das shift loslassen mein rechter finger grimmelt grad so was denn? redetritt, wachst du wieder rum? ne okay dein ist also gut er steht einfach nur dumm rum okay leute dann sollen wir jetzt in den baum da gegenüber gehen ne ne bitte das wir gehen ja wirklich nur in den baum ein und sneaken da die ganze zeit bis wir ihre namensschilder wiedersehen das wird spannend und langweilig zugleich wir müssen das machen sonst das kann ich gut okay perfekt also wollen wir hier unten bleiben oder in den anderen baum? in den anderen ich würde sagen nicht in den sonst finden die noch die base das wäre schlecht vor allem der eingang ist hier sogar offen dass die das nicht gesehen haben so kommt ihr auch runter oder bleibt ihr da jetzt schon noch oben? ich habe Zottel gewonnen der ist da what the fuck alter Zottel du bist echt leichtsinnig ja wo seid ihr denn? ja unten ich hoffe jetzt komm bitte zu uns wir sind alle beim baum wenn du da alleine rumläufst ist das ein schlechtes Ohren ja ich warte noch auf Äpfel alles gut attacke okay und wir müssen das Holz dann halt auch unbedingt wieder richtig zu machen oh dankeschön Marcel das ist so kranzig einfach so gib mal da jetzt rein in den baum okay ja weh du kriegst noch den Apfel du hast doch ne Axt oder Marcel? ich hab ne Axt okay eh mal umschauend oder? ja ja aber jetzt geh mal rein und dann schauen wir nur noch auf Namensschilder ich hab so viel Sachen im Inventar alter ich weiß nicht was davon ich so und direkt wieder zu machen so und ähm wir können ja von mir aus ja komm doch rein und mach zu bitte ja du musst da weg gehen sonst kann ich da nicht das ist irgendwie komisch raus kannst du hier unten das Holz grad mal ne quatsch wir können hier einfach Wasser rein machen ne so ähm hat mach mal nen unendlichen Brunnen oder sowas ne komm mach mal dein Wasser da in diese Ecke in die rechte Ecke du brauchst das nicht du kannst es auch nur da machen dann kann man da auch so jetzt kann man in der Ecke immer was rausnehmen so und jetzt machen wir das hier mal alles hin damit hier überall Wasser ist und dann können wir von oben einfach schnell runter springen und aufmachen okay wenn die da sind nur wir müssen immer sneaken Leute das ist unglaublich wichtig ich weiß noch nicht ob das ist wenn man hier dann nicht mehr richtig schwimmen ja man kann nicht schwimmen wenn man sneakt eben soll ich jetzt schon hier so ein Ding aufmachen oder soll ich dir die Axt runter werfen ich weiß noch nicht dass sie das dann wieder sehen weil dann kommt hier halt Wasser raus scheiße ich bin so dumm grad los gerade geh ich jetzt so ok ne dann springen wir einfach runter und jeder macht sich jetzt auf den Baum noch ganz schnell ne Axt damit jeder das dann abbauen kann damit wir da schnell raus gehen okay Zottel ich seh nix mehr Digga deine Fresse ist in meinem Gesicht so Marcel kannst du mir gleich ne Axt mitcraften bitte äh ja wenn er hier seine crafting box mal aufstellen der Papp kein Eisen mitgenommen ich hab alles Eisen in eurer Base gelassen ich hab ich hab ich hab alles ok alles gut so und wenn sie jetzt kommen spring mal runter und gehen auf so rauf die kommen ja bestimmt die laufen immer im Kreis das heißt die werden aus Richtung Norden kommen kann mir jemanden das Eisen oder so geben ja warte hier ich schmal warte bis ich oben bin so Dominic hier hier losest du's ganz gut dankeschön kannst du das Eisen geben ich hab das Eisen nicht doch hab ich bitte da liegen drei Stück so das heißt wir müssten in Richtung Norden spähen ja ich bin schon dabei mich da irgendwie hin zu fahren aber ja ich übernehme trotzdem den Süden ok wir können alle Fremils Richtung ab AIM ab AIM können wir machen ja Marcel hast du deine Karte endlich mal rund gestellt ja hab ich eben gerade gemacht sehr geil ok weil dann müssen wir wir müssten unter uns ausmachen welche Richtung das ist weil wenn wir runter springen verlieren wir jegliche Orientierung ok ich hab Süden aber ich hab das Gefühl so jetzt bin ich sicherer und die werden hier 100 pro wieder vorbeilaufen und zwar in ungefähr 2 Minuten das kann man schon so da kann man die Uhr nachstellen das ist echt so ey ich geh mal ganz nach oben aufm Baum ich werde dann nochmal mein Brötchen aufessen in diesen 2 Minuten ich weiß nicht ob ich das falsch gemacht hab weil hier noch so nager Ding ist ich hör hier ne Spinnen auf dem Baum so in welche Richtung guckt ihr? Süden Richtung Süden äh Nordwesten du guckst Nordwesten wer guckt Osten niemand dann guck ich Osten und beider ist ja das Licht egal du hast dir unten auch dein Wasser einmal wieder voll gemacht oder? natürlich nicht ok passt jetzt auf ok ich bin jetzt ganz oben aufm Baum alter ich fühl mich hier wie aufm Präsentierteller da können wir ja mal anfangen also Süden ist abgeaimt richtig ja Westen auch Norden auch ah Kokos ist grad raus guckt wer auch auf Norden dann guckt keiner in Richtung Südosten ist das richtig heute? ja aber das seh ich trotzdem alles mit also ich schwenke ja immer mit na gut dann ja in ungefähr 2 Minuten dürften die wieder da sein und wahrscheinlich werden sie aus Richtung Nordwesten kommen schätze ich mal ok 2 Minuten Flachwitze Zeit aber ich bin so aufgeregt und Leute ohne Scheiß wir müssen dann auch wenn ein paar von uns sterben werden wir müssen einfach alle auf einmal drauf nicht hintereinander auf keinen Fall hintereinander sonst ist das das macht dann 10 Euro Eintritt pro Nase ha schon wieder Geld gespart Lord Voldemort 40 Schnäppchenjäger ich sorge für eine hohe Durchfallquote Laus 50 Mensakoff wir müssen auch immer wissen auf die gegenüberliegenden Bäume schauen nicht dass die sich dann da hochbauen um von da aus zu gucken oder so aber dann wundere ich mich echt warum der geschrieben hat was macht ihr da oben meine Fresse das war genau der Sinn von ihm also um uns zu verwirren was mich auf diesem in diesem Scheiß Twilight Blitz Fuck Forest Mod abfakt ist halt dass man nicht weiß wann Tag und dann Nacht ist sieht immer gleich aus ist egal ist egal die können jeden Moment da sein Lass mal ein Höllenportal bauen Ich dürfen wir nicht Hä ihr bugt bei mir in der Luft Nein das heißt in der Nähe und es ladet nicht nach Scheiße das haben wir nicht bedacht das heißt wir schweben für den in der Luft rum und die wissen jetzt schon dass wir hier sind Fuck Nein Meinst du der verarscht uns Ja aber wir haben die doch eben auch in der Luft rumfakt Ja jetzt denke ich nicht wie das verarscht Schaut bitte auf die Bäume Ja der kann uns ja sogar von unten sehen Digger jetzt Ja hat einer hat einer den Eingang gleich stehen sie beide oben gucken uns so an Meine Presse ihr seid so dumm alter Ich hab's euch doch gesagt Das kann aber echt sein weil er ist doch geläftet und wieder gejoint und grad wenn man wieder joint late die ganze Map neu Weißt du ich mach das jetzt auch Ist ja kein Cockpit-Logging Ich mach das jetzt auch mal und dann seh ich vielleicht ihn in einem anderen Baum Dominik Dominik wir machen das anders ich zähle gleich runter und dann machen wir das was wir besprochen haben ok Hä was Heewet Heewet was heißt der Server ist fuhm Tschüss Ich bin ganz oben auf der Spitze vom Baum. Und Edeltrett hat kaum mit Logging gemacht, ne? Ja. Da bin ich da schrecklich. Scheiße, die müssten jetzt echt jeden Moment da sein. Also Edeltrett, wenn du das gleich nicht hingeschissen bekommst, werde ich richtig sauer. Ich bin drauf, alles gut. Okay, schießen runter. 3, 2, 1! Näääääh! Hast du ihn grad echt abgeschossen? Nö, ich habe aber den Bogen gespannt. Aber nicht überspannt. Sah eben so aus. also ich sehe nicht was mich so ein bisschen abfuckt die map ist halt einfach bei mir nach so und so viel lang einfach abgehackt und wenn du die distance höher stellt dann lädt es erst mal komplett neue video settings ich habe schon wenn ich jetzt auch extreme auf 32 habe ich die das ist okay ich habe auch den nötigen pc dazu immerhin ist er zuverlässig die haben uns echt schon gesehen und bauen sich jetzt ein tunnel oder ich bin endlich wieder bereit für was festes hat seit drei tagen wird sich einfach tot lachen noch mal bin endlich wieder bereit für was fest ist dominik hat seit drei tagen jetzt ist das schon wieder guter rad ist teuer ali die ganze zeit eine spinne krepieren ja es sind in den in den baumkronen sind es spinn spawner drin marcel bist du in welcher seite stehst du eigentlich auf den blättern ich weiß echt nicht gerade wo du bist aber du siehst edtritt richtig ja genau ich wollte gerade eben sagen aber edtritt kann ich trotzdem unterschießen ich dich auch ok ich mache gleich mlg spring runter einem goldapfel schießt die basuka drauf weil ein ganzes magazin rp 44 nehmen das goe nimm den bogen und das dia schweck am twitter sieht fehler am plan aber dass wir die echt noch nicht gesehen haben das macht mir gerade mega sorgen wir müssten die schon längst gesehen haben die müssten schon einmal wieder rum sein vielleicht haben sie einfach angst vor uns ach so ich gucke auch ich gucke auch gar nicht nach unten vielleicht sollte ich super übrigens sind hier zwei nagerfelder sehe ich gerade ja wie viele nager haben wir dann auf der map hier viele 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 okay ich mache jetzt ein cross bau schuss cross map schade kein hit ja die frage ist echt was machen wir jetzt ich war ich wusste dass deine ideen scheiße sind die sind immer scheiße hätte die waren voll gut die sind dann das zweite mal genauso wie es gesagt habe als ich gesagt habe die müssten jetzt gleich kommen dann sind sie schon gekommen die war richtig gut die idee die können die haben die ganze zeit hinter dem twilight litch gewesen sein vielleicht haben die uns verarscht du kannst es nicht begründen dann würde ich dir jetzt dann hätte ich dir jetzt schon längst gesehen dann hätten die uns glaube ich auch schon angegriffen wenn sie schon so lange dort gewesen wären laden wir die nächste folge eigentlich heute oder morgen hoch heute oder noch heute kommt die erste von der aufnahmesession morgen die nächste so ok leute was marcel was machen wir jetzt warten oder da fragt er den erfahrenen veteran das wird doch noch mal ein schluck von meinem tähne macht es doch also kennt ihr den yolo song ich glaube das ist wie ganz lieber der editret ist ein hardcore streber stelle bin ich nicht aber du hast selbst gesagt ich bin ganz lieber hat kein verzaubert ist die erschwert doch habe ich doch habe ich hast du das ist ja gezaubert anzeigen gepackt eigentlich erhofft ihr oder eine scheiß die bauen sich bestimmt jetzt echten tunnel porten sich dann hoch oder und dann kommt einer so und dann denken wir das ist einer von uns dann warte mal ganz kurz game mode 1 ne warte game mode 2 ist das oder was denn das fliegt jeder er fliegt einfach rum Junge was du da gerade machst das nicht so in ordnung oh mein Gott bis zur nächsten ich weiß es gut bis Lima bis 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 zum nächsten Mal.